Und hier wieder Tore, 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 aber das habe ich ein bisschen spät gespeichert da, man sieht es jetzt leider nur in den Wiederholungen, den genialen Freistoß vom Van Persie, meine Güte, so schießt man die Dinger. Ein Augen, Schmaus, schlappi schlapp. Da hätten wir ein Türchen, der, ja, das dauert jetzt ein bisschen noch im Spielaufbau, aber ich glaube, mein Online-Gegner, der ist etwas verzweifelt, weil was will man gegen so ein Tor machen? Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt ist er ganz gute Torchance. Angetäuscht zu schießen. Ein Tor, der Trottel. Mit sowas kann man doch rechnen, wenn ich so ein Profi wie mich spielt. Und dann das letzte Tor, da sage ich einfach nicht viel. Wumms! Und der Ball ist drin! Und der Ball ist drin! Und der Ball ist drin! Da haben sie ihn schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Was für ein Hammer, den er da auspackt! Uiuiuiuiuiui! Uiuiuiui! Sber-Los-Den-Soft. 3-2-5. 4.